Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Siegfried Huhn und ich freue mich, dass Sie mir zuhören möchten. Ich bin Krankenpfleger von der praktischen Ausbildung her sehr lange schon und seit etwa Mitte der 80er Jahre, letztes Jahrhundert, bin ich schwerpunktmäßig im Bereich von Altenhilfe. Ich habe noch einen anderen Schwerpunkt, der beschäftigt sich mit Gesunderhaltung, insbesondere auch mit Gesunderhaltung für Pflegepersonen. Die Überschrift zu unserem Thema lautet Das Mögliche möglich machen. Dieser Satz geht auf Liliane Juchli zurück. Frau Juchli war eine Pflegefachfrau und ist am 30. November verstorben. Viele Pflegepersonen kennen sie, weil sie mit deren Lehrbuch in die Ausbildung gegangen sind. Frau Juchli war die erste Pflegeperson, die ein eigenes Lehrbuch verfasst hat. Für uns ist das heute nicht mehr verständlich, aber vor 50 Jahren war das wirklich so, dass Lehrbücher für Pflegepersonen grundsätzlich von Ärzten geschrieben wurden. Liliane Juchli hat in diesem Frühjahr den Satz Das Mögliche möglich machen geprägt, als die Herausforderungen an Pflegepersonen enorm zugenommen haben und als Pflegepersonen darunter litten, dass sie aus ihrer Sicht sehr wichtige Anteile der Arbeit nicht mehr wahrnehmen konnten. Im ersten Stadium, als die Besucher eingeschränkt wurden, haben sehr viele Bewohner es als unangenehm empfunden, dass die Angehörigen nicht mehr kommen konnten. In diesem Zusammenhang war die Idee von Frau Juchli, in Krisen müssen wir das, was möglich ist, machen. Und wenn die Krise vorbei geht, dann nehmen wir neue Aufgaben auf. Das Wichtigste im Moment scheint doch zu sein, dass wir im Pflegeheim Gemeinschaft fördern. Wenn der Kontakt nach außen nicht mehr ausreichend passieren kann, wenn die Menschen das Heim kaum verlassen können und wenn keine Besucher kommen können, dann ist es umso wichtiger, dass die Gemeinschaft im Haus sichtbar wird oder sichtbar bleibt. In einem Pflegeheim in der Nähe von Berlin haben die für 15.30 Uhr einen Termin eingeplant, bei dem alle Bewohner in den Tagesraum begleitet werden. Die Idee ist, auf diesem Weg Gemeinschaft zu fördern. Dann wird das Licht gedimmt und es wird das Weihnachtslicht eingeschaltet, also das, was jetzt im Rahmen der Adventsdekoration vorhanden ist. Dadurch wird eine sehr heimlige Stimmung erzeugt. Gleichzeitig machen die dann Musik, die in die Jahreszeit und in die Adventszeit passt und den Bewohnern wird Kaffee und Gebäck gereicht. Fast alle sagen, das hilft, den Tag zu bewältigen und es hilft vor allen Dingen zu merken, ich bin nicht allein. Bei Bewohnern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Tagesraum kommen, geht eine Pflegeperson oder in dem Fall auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die weiterhin ins Haus kommen und setzen sich für kurze Zeit zu dem Bewohner in sein Zimmer. Dabei wird deutlich, es geht darum, da zu sein, dabei zu sein, Gemeinschaft zu entwickeln, den anderen nicht alleine zu lassen. Fast alle finden das sehr gut und fast alle sagen auch, es tröstet darüber hinweg, dass von draußen keine Besucher mehr kommen können. Das bleibt mir, wenn es erstmalig geht, das holend ist, was nicht alles geht, Und da, da zu sein, Und da, da zu sein,